Wir kommen nun zu den Gefahren im Internet allgemein. Oft trifft man im Internet auf gewisse Pop-Ups, welche gefährlich gut gemacht worden sind. Pop-Ups sind Seiten oder Teile von Webseiten, die als Reaktion auf einen Klick, wie zum Beispiel hier, geöffnet werden. So wollte ich auf einer Seite einen gratis Film anschauen und dieses Fenster öffnet sich. Auf den ersten Blick sieht dies aus wie eine normale Nachricht von eurem Betriebssystem. Hierbei müsst ihr zuerst einmal realisieren, dass sie auf Englisch geschrieben ist und dass der Hintergrund des Bildschirms nicht verdunkelt wird. Diese Verdunkelung ist immer der Fall, falls Windows so ein Fenster öffnet. Add-ons wie der U-Block Origin können solche Pop-Ups verhindern, jedoch funktionieren sie nicht immer perfekt. Für euch wichtig ist immer darauf zu achten, falls plötzlich ein Fenster aufgeht oder ihr etwas Merkwürdiges bemerkt, nicht auf diese zu drücken. Dann kann das Kind das Wasser wiederholfen machen. Die Unterricht von den ersten Blick zgrennen. Okay, das macht das Wasser weiterhals.